Ich kenne ihn sehr, sehr gut. Ich habe immer kontaktiert, hat geholfen, hat die Zeitung geteilt. Er war ein guter Mensch, hast du niemals nichts gesehen, sauer zu sein. Mir wirklich, wirklich tut mir sehr, sehr leid für die Familie und für die Jungs auch. Ich kann ich nicht sagen, weil viele Leute sagen, vielleicht ist er Muslim, aber es hat nichts zu tun mit Muslim. Ich weiß nicht, was passiert. Den Vater habe ich sehr oft gesehen und der kleine Bruder von ihm, der war auch schon mal bei uns und wir haben zusammen gespielt und das ist eine ganz nette Familie. Also ich bin sogar schockiert, dass es aus der Familie kommt. Das hätte ich nicht erwartet. Sonst hätte ich, wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich nicht mal ruhig geschlafen. Das wäre schlimm. Vielen Dank.